Alles klar für eure Füße, Schiedsfeuertor! Wir hauen alles raus, was drin ist und schreiben Geschichte heute. Viel Glück dafür! Die vielleicht letzten 90 Minuten bis zur sicheren Drittliga-Rückkehr Preußen Münsters. 5, 9, 10. Bei Nochal, Salzburg Preußen Münster, Simon Schlerder und es gibt keinen Spieler auf dem Rasen, der es mehr verdient hätte, diese Treffer zu erzielen. Und das ist das 2-0, Dennis Fabian Bindemann. Das ganze Stadion steht Kopf, Münster, ist eine große Partymeile. ist das krank und jetzt ist Schluss Münster dreht frei